Wow, ich glaube, das habe ich verschissen. Oh, wow. Dann... Okay, das war... Unglücklich? Dang. Okay, wir lassen das erst mal dabei, gehen wir hier lang. Ich kann recoveren. Wir finden das Lager von denen, würde ich mal behaupten. Ja, die haben eine Menge. Ich meine, ich kann sehen, warum, aber... Nein, wir müssen uns nutzen, um unsere Weapons zu benutzen. Hey! Diese Leute sind Fanatik, Ihre Exzellenz. Niemals Schraubbocker sterben letzte Nacht. Und ich bin bereit, dass diese Schraubbocker eine Hand hat. Sie töten die Erde. Also, sie töten Sie zurück. Sie sind allgemein. Schrauben Sie, du Schraubbocker! Ich bin de Sardé. Ich bin der Schraubbocker der Schraubbocker auf dieser Ereignis. Ich dachte, Sie schrauben etwas Licht an dieser Affäre. Sie sagten, dass einige Schraubbocker sterben. Aye. Sie haben sterben und sterben einige Stunden später. Aber der Dr. Kamp-Doktor wird ihnen sagen können. Sie finden ihn in den barracks, hierzu. Danke, Schraubbocker. Ich gehe sie. Sie schrauben sie. Sie? Sie sind der Schraubbocker. Sie können Sie in. Sie können uns nicht zu helfen. Hallo, Schraubbocker. Ich bin der Legate von der Kongreise. Und ein Schraubbocker hat mir gesagt, dass es mehrere Woodcut- Ich habe sie in der Nacht geblieben. und ein paar Stunden später, sie waren tot. Ich konnte nichts tun, außer sie zu sehen, dass sie in Schmerzen wirst. Kein von meinen Rehmetern funktioniert. Wenn die Schmerzen nicht verletzen Sie, Sie können sie sehen. Sie sind hier. Ich hoffe, dass was, was sie verletzt hat, nicht beeinflusst. Ah, es gibt Heiligen Portions. Allergisch! Ammoniak? Oh, okay. Gut. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genug über die Region's plant-lifte. Die Congregulation gibt uns mit frühen Produzenten, sonst essen wir game. Gestern haben sie ein Böse gebracht von den Hunters. Hunters? Natives, die uns immer für uns game bringen, in exchange für knick-knacks. Aber sie haben uns re-stockiert für Monate. Ich kann nicht glauben, dass sie enthalten sind. Nun, schauen wir, was sie haben zu sagen. Wo kann ich sie finden? Sie meistens auf der Nähe des Wald, das führt zu diesem Camp. Ach, ja. Oh, Campzeit wahrscheinlich. Ja, auch vorne, ich seh's schon. Wunderbar. Wäre natürlich echt ne Schande, wenn die vergiftet wurden. von den Jägern. Ähm, bringt nur Ärger. Und hilft ihnen definitiv nicht, da hinzukommen, wo wir hinwollen. Oh, komm! Ah! Mädel, du hast ziemliche Feierpower. Das ist unser Geist, Reneksi. Wie können wir uns nicht beurteilen, wenn du unsere Geist hast? Wir schauen uns für dich. Wir? Was willst du von uns? Trei Schraubbocker wurden gestorben gestorben, nach dem zu essen, was du bringst. Was? Ich versuche, dass wir uns nicht beurteilen für das. Entschuldigung. All die Beispiele führen zu dir, aber es könnte einfach nur ein Geist. Wie solltest du mir genau was passiert? Es war wirklich ein Geist, aber wir wollten sie auch nicht töten. Dann erzähl mir, wie es passiert. Wir haben nicht entschieden, dass wir das machen. Wir haben uns beurteilen Dinge mit dem Kamm. Aber der Beispiele sagte, dass wir uns trafers von unseren Klan wenn wir die Schraubbocker zerbauen können. Welcher Beispiele? Ein von den alten Mann aus Vigigidor, der unsere Stadt. Er ist sehr schrecklich, weil wir nicht zu schädeln. Er hat uns die Fleisch von Andrig, die von einem Dosen-Tutzt verletzt. Its flesh is perfectly edible when prepared with certain berries. But without them, eating it would be lethal. And since the Ranaiksae invaded our forest, these berries are nowhere to be found. Er wollte es ein Geist, so dass wir verstehen, dass ihre Destruction bringt death. Ich werde dich nicht beantworten, aber von jetzt, du wirst mich nicht mehr bringen, zu diesem Kamm. Du warst die Instrument von einem Hadevoller Old Man's Vengeance. Und ich habe das Gefühl, dass es noch mehr Vengeance gibt, wenn ich nicht auf der Grunde des Problemen bin. Dieser Old Man ist devious. Der Method, die er benutzt, war sehr... original. Aber jetzt, die Menschen sterben. Die Schraubbocker werden wollen Vengeance, und Dinge werden nur noch schlimmer. Das ganze Ding könnte sich in eine Schraubbocker werden. Wir können das nicht passieren lassen. Sir de Cossillon wird uns ein paar Worte geben, wie wir diesen Umfeld zu lösen, ohne Vengeance zu lösen. Ah, shit! Aber ich kann... Nö, ich muss eh nochmal wiederkommen. Dann, ähm... Da können wir raus, dann lass uns noch ein bisschen hier reingehen. Ai... Ja... Da war ja was. Damit bin ich genau in den rein. Damit Okay Dang, ausgerechnet der Große hat mich zwischendurch erwischt Ja, ich bin auf dem Weg weg Kann ich mal Warten wir einen Moment Warten wir einen Moment Und gucken Hier ist noch ein bisschen was Es sind nur noch drei Es sollte nicht mehr allzu schwierig sein Damals, ich sehe nichts Das ist so ein kleines Ärgernis Dammit Dammit Okay Wenn die Rüstung mal weg ist Machen wir alle ganz schön viel Schaden Aber dafür muss erst die Rüstung rein Nicht die optimalste Variante Ach hier nicht noch Nö, sollte alle haben Denke ich zumindest noch Ansonsten Auch nicht schlimm Oh, was ist mit Was ist mit euch los Exhalte Native Around hier Das ist nicht oft passiert Do you want Something? Du bist sehr isoliert hier Warum live so far From a village Es ist eine lange Geschichte Mathir Will du ihm erzählst? Wenn ich jung Ich bin mit ein junger Mann Aber er war nicht mein Meinungen Ich dachte er war Aber ich war falsch Und ein Tag Ich habe den Mann Ich habe den Mann Ich liebe all meine Leben Und als ich Ich habe mich verletzt Mein Engagement Wir wurden Exiliert So Unsere Eltern kamen zu settle Hier Die gebaut diese Haus Und wir wurden Da Jetzt du die ganze Geschichte Du willst du wissen was anderes? Ich werde dich allein Um long story short long story ansonsten interessant zu sehen dass sie das tatsächlich so ernst nehmen auch das mal und mein camp zwei von vier wirklich einen langen weg vor uns noch ich würde ja mal behaupten geht's nicht weiter könnte man mal den weg hier gehen aber ich denke der führt uns auch nirgendwo hin wo wir nicht schon war und runter springen kann ich auch nicht ich kann das system nicht schicken ich kann das system nicht schicken wer witzig wenn geht aber nicht so ansonsten bleibt nicht viel das klären noch mal zu dem fleisch ist genauso wie im kugelfisch auch hochgiftig außer man bereiteten richtig zu von daher der schon wieder ja auch was hast du schon wieder ich bin Hmm. Okay. Uh-huh. Hmm. Yeah. 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 Ich würde sagen, dass das eine verrückte Lösung ist. Aber wenn jemand einen benötigt hat, dann geht es dieser Herrmann. Wir müssen ihn finden. Und er hat einen hohen Profil gehalten, seit der Kuh verabschiedet. Und wir haben bereits gesehen, wie die Lähe der Silence auf der Garten hat. Wir brauchen Hilfe. Unsere neue Kommandante kann uns sagen, wer zu kommen. Sie kennt alle. All right, dann. Wir beginnen mit ihr zu sehen. Okay, also ich nehme mal an, ich sollte ihn dann mitnehmen. Ähm, er ist auch nicht grauenhaft. Aber es ist halt dann doch manchmal immer wieder. Ne? Und jetzt. Oh. Lockpacking Stufe 3. Und jetzt. Shit. Real Shit. Meine Freize. Und dafür habe ich extra Lockpacking genommen. Dang. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber das ist mein Sailor. Kostüm. Weiter oben noch. Oh. Ah. Stimmt. Mein Bruder. Da da da. Okay. Mein Fehler. Warum auch immer hier überall Wachen stehen. Haben die jetzt Söldner angeheuert? Ah. Ah. Sir de Corsillian. The sad day, my young student. What can I do for you? Ah. I've come to find you because I received a complaint from the natives of the village of the Yigodol. They want to be able to access a clearing exploited by our woodcutters in order to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago. But tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable. And I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Lorene de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been a great help. Can your old Professor still prove himself useful? Looking forward to seeing you. Warte, gar nicht. Was müssen die Räume hier sein? Doch, um... doch, um... Ich dachte die Räume wären genug. Oh nein, hier hinten ist noch ein Archiv. Dann ist das... müsste das oben sowas wie die Bibliothek sein. ja da natürlich liegt einfach schon oben drauf wunderbar ja ist das jetzt die frage ist das ein nutzungsrecht ist das eine landüberschreibung oder sonst irgendwas gute frage und die auch richtig eine wichtige frage wobei ich als holzfäller sagen will wenn ihr mir neue Bäume pflanzen wollt habe ich kein problem ich brauche euch über das Haus der Glade nahe der Gigadol die Natives wollen diesen Ort zu erreichen, welches zu ihnen sagbar ist und welches sie gerne zu heilen aber einige unserer Männer da benutzen diesen Ort, um ihnen zu erinnern, dass sie den Ort zu erinnern Tensions sind hoch und einige Leute haben sterben ja, da gab es einen Moment, als wir viele Kontrakte erinnern haben hast du den Dokument? ja, hier ist es hmm, dieses Session Agreement ist nur mit einer Kross auf der Natives also, die Schrift ist foreign zu ihnen also ist die notion von Landownership für sie, die Erde nur für sie selbst wenn sie diese Lande nicht besuchen, wie sie 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 haben? hmm ja 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 hmm 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 ah okay es ist ein Doktor ja 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 Ich verstehe, aber ich schreibe nur eine Decree, die Menschen zu dieser Entfernung zu gehen, wenn der Mörder zu uns gefordert wird. Danke, Master. Ich informe Dumpus über Ihre Entscheidung. Botenmission. Aber selbst die Natives würden bei Mord, es sind immer noch die Fremden, fraglich, fraglich. Aber es sind immer noch die Fremden, deswegen könnten die sagen, Mord ist jetzt bei denen auch gegenüber von Fremden nicht ganz so dramatisch. Wer weiß. Wer weiß. Oh, naja. Crafting. Und zwar... Stimmt, die Häusche ist noch. Oh, hübsch. Okay, schick. Auf 80. Ja, er muss ja definitiv mit dem Schwert Rüstung brechen. Ähm... Ansonsten... Divine Ring geht natürlich nicht richtig genau, was da. Ähm... Verkaufen wir... Verkaufen wir... Ja, aber haben wir nicht. Und... Den brauche ich... Ach, das ist sogar ein Native Kram. Deswegen ist die Resistance so hoch, aber... 100% Quality. Was ich noch machen wollte, war... Hier war eine Truhe mit Level 3 Schloss. Oh, und irgendwas führt mich sowieso hierher. Oh. Your Excellency, I'm glad to see you. It seems there has been an unexpected development. The manager of the tavern came to find me. He complained of supply problems on the island. And a customs sergeant who is seizing his shipments from the continent. Clearly, neither we nor the palace gave any such orders. You suspect that these seizures are being used to supply the contraband? Is the only logical answer. And you wonder if Egon is involved? Very well. I will find out. Oh, cool. No, thank you. Cool. Uh... Egon... Captain Ulrich... And Florence... Oh! 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 I will leave you to your window! Tja... Die Hard Soldier! Das Problem ist nur... Obwohl der könnte da hinten eine Truhe haben... Immerhin ist das der Chef von der ganzen Veranstaltung hier. Aha! Blockpicking Stufe 3? das ist geld ich krieg kein ärger für klauen also alles super erstmal lynch herum da war ja nichts aber vielleicht hier irgendwas sehen und finden aber momentan sehe ich keine drohen bei den anderen weil die tür glaube ich versperrt